Dann ist doch einfach die Zeit vorbei, wo man darüber reden muss, ob jetzt Ökologie was kosten darf. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 2045 bei Design or Disaster, der Livestream-Podcast zur Klimakatastrophe. Und ich begrüße zuerst unseren verehrten Co-Host, den lieben Jens, Jens Brodersen. Hallo Jens. Hallo Patrick, hallo Leute, guten Abend. Ich freue mich, dass wir heute wieder richtig was durchlassen werden hier. Ja, da freue ich mich sehr und ich freue mich vor allen Dingen wieder einen fantastischen Gast begrüßen zu dürfen. Wir konnten nämlich für die heutige Sendung gewinnen die liebe Miriam Gogel. Hallo Miriam. Hallo zusammen. Ich freue mich dabei zu sein. Hi Miri. So, ihr beiden kennt euch ja schon, von daher wäre jetzt so meine Idee, dass du vielleicht Jens Miriam ein bisschen vorstellst und warum wir sie denn heute Abend eingeladen haben und zu welchem Thema. Und dann können wir so ein bisschen in Medias Ries gehen und einen schönen guten Abend natürlich an den lieben Chat da draußen. Und ich sehe schon, sind schon ein paar eingetrudelt. Und auch für euch gilt wieder, wenn ihr Fragen habt an Miriam vor allen Dingen heute, dann am besten wieder Frage-Doppelpunkt schreiben, damit wir dann auch identifizieren können, was wirklich eine Frage ist, weil ihr euch ja ganz gerne untereinander auch immer wieder unterhaltet. Dann kann ich das besser identifizieren. So, dann würde ich doch überleiten an Jens und die Vorstellung von Miriam. Ja, sehr gerne. Ja, ich freue mich total, Miriam, dass du heute Zeit hast. Vielen Dank bei Miriam, über die müsst ihr wissen, dass sie ein viel gefragter und schwierig zu bekommender Gast, denn sie hat unheimlich viele Verpflichtungen. Und der Grund, warum sie auch so viele Verpflichtungen hat, ist einerseits Familie und zum anderen halt eben, weil sie Nachhaltigkeitsexpertin ist. Wir kennen uns früher von PricewaterhouseCoopers, wo wir gemeinsam im Nachhaltigkeitsbereich in Frankfurt und dann von da aus eben in ganz Deutschland gearbeitet haben, haben viele verrückte Sachen gemacht, von Kreislaufwirtschaft über Management und Strategieberatung bis hin halt eben Nachhaltigkeitsberichtsprüfung. Also im Prinzip sind wir alles da mal durchgegangen. Und da ist eben das ganze Thema Lieferkette auch immer, je nachdem, was für ein Unternehmen das ist und wie groß ist, auch immer ein Thema. Und die Miriam war tatsächlich, als ich raus war, dann noch länger bei der PwC und hat dann eben auch eine Reihe von anderen Positionen gehabt. Und ist, nachdem sie dann sich erfolgreich von da verabschiedet hat, zu Sustainable gegangen, wenn ich das richtig ausspreche. Sustainable, ja. Sustainable, genau. Und das tatsächlich ist eine Firma, die sich auch schwerpunktmäßig mit den ganzen Schwierigkeiten, die mit Nachhaltigkeit in der Lieferkette zusammenhängen, beschäftigt. Und insofern freuen wir uns sehr, dass wir dich heute haben gewinnen können, dass du uns heute ein bisschen da aufs Fahrrad hilfst und dass wir so ein bisschen das ganze Thema kennenlernen. Ja, vielen Dank für die Lorbeeren. Ich hoffe, ich kann da liefern. Aber ja, ich habe so einen kleinen, großen Rundumblick rund um dieses extrem große und schwierige und komplexe Thema Lieferkette mitgebracht und versuche, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, wo im Moment noch ganz viel Dunkel ist, auch de facto. Sehr schön. Nochmal kurz, lehnen wir es an den Chat. Ich weiß genauso viel oder wenig über Lieferketten wie vielleicht der eine oder andere von euch. Von daher scheut euch nicht, auch Fragen zu stellen, wo ihr denkt, die sind irgendwie komisch, wie auch immer. Tut das gerne, weil darum geht es ja heute. Wir wollen, wie Miriam schon sagt, Licht ins Dunkle bringen. Und man hört immer nur diesen Begriff, aber weiß gar nicht, was da alles so dahinter steckt. Und da sind wir jetzt mal sehr gespannt. Dann übernehme ich mal. Huch, ja, da bin ich nochmal. Aber ich glaube, alles, alles soweit gesagt. Genau, ich habe erst mal, weil wir uns jetzt so ein bisschen in dem Themenbereich unternehmerische Nachhaltigkeit bewegen. Und ja, was ist denn mit dieser Wirtschaft in diesem ganzen Grußkontext Nachhaltigkeit? Das letzte Mal ging es ja sehr stark um das Thema Psychologie und auch, ja, klar auch die Gruppe, aber auch den Einzelnen. Und letztendlich haben natürlich Unternehmen und diese Wirtschaft einen riesen Einfluss darauf, wie sich das Thema Nachhaltigkeit in den kommenden Jahren entwickelt und ob wir die Klimakrise und alle anderen Krisen letztendlich auch bewältigen können. Und weil es ja oft dann heißt, wir müssen erst mal auf die Wirtschaft gucken, weil ohne Wirtschaft kein Geld und ohne Wirtschaft kein Wachstum. Und dann gehen wir vor die Hunde. Habe ich nochmal hier eine Statistik aus dem Global Risks Perception Survey des World Economic Forum, also jetzt auch nicht irgendwie so eine links-grün versiffte Philantrophiebude mitgebracht, wo man halt sieht, wenn wir uns mal die ersten drei Risiken angehen, dann haben die alle irgendwie was mit Umwelt zu tun. Dann kommen soziale Faktoren, dann kommen nochmal grüne Faktoren und dann an Stelle Nummer neun kommt das erste Mal ein ökonomischer Faktor. Das heißt, wenn wir einfach mal grundsätzlich auf diese Risiken oder auf die wahrgenommenen zukünftigen wichtigen Risiken gucken, dann spielt auch aus einer wirtschaftlichen Brille spielen die Themen Soziales und Umwelt eine Riesenrolle. Und insofern sind wir alle, alle TeilnehmerInnen an der Wirtschaft, alle Unternehmen, alle gefordert, unseren Beitrag dazu zu leisten, dass wir das, was wir schaffen können, aber vielleicht gerade nicht wirklich schaffen wollen, auch wirklich zu schaffen, und zwar die Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft und dann auch zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Das dazu, wir reden über das Thema, also wir reden ja schon sehr, sehr lange über das Thema Nachhaltigkeit, definiert mal als ein Begriff, dass man den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne dabei die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Und da sind wir gerade ziemlich schlecht drin. Immer noch, obwohl das Statement von 1987 kommt. Und zuallererst gefährden wir halt unsere aller Lebensgrundlage. Das Thema ist dann auch immer mehr reingewabert in das Thema Wirtschafts, in Unternehmen und wird häufig, es gibt mehrere Begriffe, die da in dem Kontext durchgegenschwirren. Das ist Corporate Sustainability, Corporate Social Responsibility, Corporate Responsibility, unternehmerische Verantwortung, unternehmerische Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsmanagement, Umweltmanagement und so weiter und so fort. Das hat lange Zeit, hat das einen sehr freiwilligen Charakter gehabt, so wie das hier auch rechts definiert ist. Das ändert sich aber zunehmend. Das wird zunehmend nicht mehr freiwillig, weil eben auch diejenigen, die sich eben mit der Entwicklung und auch der Weltwirtschaft beschäftigen, sagen, wir müssen da unsere Hausaufgaben machen, auch als Unternehmen, auch als Wirtschaft, um dann am Ende nicht auch unsere eigene Grundlage zu vernichten. Und insofern, da gehe ich später nochmal drauf ein, auf ein Gesetz, das jetzt dann auch speziell das Thema Lieferkettengesetz betrifft. Ja, da gehe ich später nochmal drauf ein. Und ja, das war jetzt einfach nochmal so eine kurze Einführung, dass wir uns jetzt hier eben im Bereich der unternehmerischen Nachhaltigkeit eben auch sehr stark bewegen. sehr weites und auch für sich wieder komplexes Thema. Wie kriegt man das hin, dass Unternehmen eben nicht nur nach ökonomischen Kennzahlen, sondern auch nach sozialen und ökologischen Kriterien gesteuert werden? Er ist sicherlich nicht mit einer Folie abgewickelt, aber nochmal so zum Setting des Scenes, bevor wir in das Thema Lieferkette springen. Und zwar hier jetzt auch erstmal mit dem Fokus Klimakrise. Bevor ich jetzt auf die Grafik eingehe, vielleicht nochmal kurz, wenn man das Thema Lieferkette hört, hat man sicherlich auch verschiedene Assoziationen. Wir haben da auf der einen Seite die Logistik, die dahinter steht. Also manche denken dann vielleicht direkt an große Tanker durch die Gegend fahren oder Flugzeuge, die mit Waren und Gütern durch die Gegend fliegen oder LKWs auf den Straßen. Das ist das ganze Thema Logistik. Das wissen wir alle, dass das große Emissionen hat. Aber wir reden eben auch über die ganzen Prozesse, die erforderlich sind, um am Ende die Produkte, die wir hier konsumieren, herzustellen. Und das betrifft dann eben einmal die direkte, was man hier auf der linken Seite sieht, die direkte Generierung von Rohstoffen. Also wo wirklich Rohmaterialien, die jetzt aus der Erde kommen oder die in der Erde wachsen, der Erde entnommen werden und dann weiterverarbeitet werden. Und da zeigt hier die Grafik, wenn wir mal rein auf die Emissionen, die Klimaemissionen gucken, dass da natürlich schon auch der reine Prozess eine große Rolle spielt, insbesondere hier bei dem Bereich Zement. Aber eben auch, weil auch dafür, um diese Rohstoffe zu verarbeiten, muss ich wieder andere Rohstoffe einkaufen und so weiter und so fort. Auch da gibt es eben einen hohen Emissionsanteil, der entsteht, bevor ich überhaupt Rohstoffe verarbeite. Und wenn wir dann auf das Thema Endprodukte, also was weiß ich, das Handy, das wir hier in der Hand haben, das Auto, das wir fahren, gucke, dann liegen die Emissionen, die für die Herstellung dieses Produktes verursacht werden. Und zwar nicht hier jetzt direkt in Deutschland, sondern zwangsläufig, sondern in der globalen Lieferkette bei durchschnittlich 80 Prozent, egal auf welche Konsumgüterkategorie wir da gucken. Und das heißt, wenn wir das Thema nachhaltiges Wirtschaften, Nachhaltigkeit angehen wollen, dann müssen wir in die Lieferkette gehen, weil sonst können wir gar nicht die Emissionen so signifikant senken. Also da können wir uns sozusagen hier dann auch zu Tode reduzieren. Wir müssen, wenn wir nicht, auf die Lieferkette gucken. Darf ich da ganz kurz einen Einschub machen? Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir gehen jetzt ja gleich ja noch da ein bisschen tiefer rein. Aber dieser Punkt von, okay, ich glaube, wenn man jetzt alle Konsumgüterkategorien irgendwie zusammenzieht, dann ist man so, dann irgendwann so bei 85 Prozent der Emissionen sind irgendwo Lieferkette und so weiter. Und das ist total spannend, weil ja in dem öffentlichen Diskurs immer gesagt wird, ja, ja, aber Deutschland hat ja nur einen ganz geringen Anteil an globaler Emissionen und so weiter. So ein, oh, wir können ja gar nicht und so weiter. Wir sind überhaupt nicht verantwortlich. Und das ist, glaube ich, halt irgendwie bei sowas dann auch mal wichtig im Kopf zu behalten, weil die Art, warum irgendwo was produziert wird oder wo produziert wird, ja teilweise auch eben durch uns, da eben gar nicht unbedingt immer mit einberechnet ist. Also ich habe mal auch so eine Aufstellung gesehen, dieses, wenn man jetzt den Anteil chinesischer Wertschöpfung, der für Deutschland stattfindet, halt eben rausrechnet, dann kommen wir nicht auf zwei Prozent Anteil an der globalen Emission, sondern auf einen ganz anderen, ich glaube, irgendwo 18 oder so. Also man kommt auf ganz andere Zuschreibungen dabei. Und deswegen, da sieht man, wie groß dieser Impact ist, Endprodukte und alles, was davor passiert. Ich hätte tatsächlich auch eine ganz naive Frage oder um es mir nochmal ein bisschen besser vorstellen zu können. Also wir haben ja auf der linken Seite, also A, nochmal, damit ich es richtig verstanden habe, Emissionen der Lieferkette heißt eigentlich in erster Linie, logistische Emissionen. Nee, genau, nee. Das heißt alles, also wenn ich jetzt, nehmen wir mal ein Beispiel, ich kaufe für ein Motor Kupfer ein, dann ist dieses Kupfer extrahiert worden. Bei der Extraktion sind Emissionen entstanden. Bei der Weiterverarbeitung, damit ich das in meinem Motor dann verarbeiten kann, sind wieder Emissionen entstanden. Also ich habe ja unglaublich viele Produktionsschritte und unterschiedliche Unternehmen in der Lieferkette, die Rohstoffe verarbeiten, weiter verarbeiten zu neuen Komponenten, die dann wieder in anderen Produktkomponenten verarbeitet werden, die dann wieder in Produktkomponenten verarbeitet werden. Und an jedem dieser Fabriken, dieser Herstellungsprozesse entstehen Emissionen. Und dann kommt die Logistik hinzu. Okay. Und teilweise macht eben auch, ja, der, der, ich habe jetzt da keine Zahlen, aber eben auch diese Emissionen rein aus den Herstellungsprozessen mehr aus als die Logistik. Also das heißt, in der Grafik jetzt Emissionen der eigenen Standorte. Wäre jetzt zum Beispiel, ich habe einen Automobilhersteller in Wolfsburg. Genau. Der hat eine gewisse lokale Emission, aber alle Zulieferteile, die er sozusagen braucht, um das Auto vielleicht vor Ort zusammen montiert. Ich weiß gar nicht, ob in Wolfsburg überhaupt noch Autos montiert werden oder einfach nur Finanzprodukte designt werden. Aber letztendlich, das ist sozusagen mit Emissionen der Lieferkette gemeint. Alles, was sozusagen außerhalb von Wolfsburg passiert. Und die Emissionen durch Strombedarf, wo kann ich die dann nochmal einordnen, gesondert? Ist das dann auch entlang der gesamten Produktion, die ich dann nochmal, oder wie kann ich mir das vorstellen? Das ist der eingekaufte Strom. Ich wechsle mal auf die nächste Folie, wenn ich darf. Es gibt im Prinzip das, was die Grafik vorhin auch dargestellt hat, ist, wir definieren bei der Emissionsberechnung verschiedene Scopes. Das heißt, das ist anhand eines des international anerkannten Standards für Emissionsberechnung, das Greenhouse Gas Protocol heißt das. Und das definiert eben drei Scopes. Der eine Scope ist das, was du eben gesagt hast. Ich habe hier eine Fabrik in Deutschland, die setzt Autos zusammen. Nehmen wir mal an, dass das hier noch passiert. Also es passiert hier. Dann sind das die Emissionen, die diese Fabrik verursacht. Scope 2 sind dann indirekte energiebezogene Emissionen. Das ist die eingekaufte Energie, die ich brauche, um praktisch meinen Standort zu betreiben. Und Scope 3 ist eben das, was eben nicht mehr direkt in meinem sozusagen direkten Einflussbereich ist. Das heißt, das, was eben vorher, bevor überhaupt eine Komponente, die ich jetzt zum Beispiel in ein Auto einbaue, in mein Werk erreicht. Das heißt, was jetzt dann wiederum der Vorlieferant an Strom bezieht, das ist dann wiederum in den Scope 3 Emissionen drin. Und bei den Scope 3 Emissionen unterscheiden wir dann noch nach den vor- und nachgelagerten Emissionen. Das heißt, es gibt dann einmal die Emissionen, die dann auch durch die Nutzung des Produktes entstehen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt das Auto fahre und einen Verbrenner fahre und dabei Emissionen verursache, was durch die Entsorgung und so weiter und so fort passiert. Und das andere sind eben die Emissionen, die dann vorher entstehen durch Lieferanten, die mir Teile für das Produkt liefern. Und das kann eben auch der Punkt, wo ich mich im Prinzip in meiner Arbeit darauf fokussiere, ist dieser Scope 3.1. Es gibt dann noch Scope 3.2, 3.3, 3.4, also Kapitalgüter, die ich einkaufe, Logistik und so weiter und so fort gehört alles dazu. Aber wo halt oft der Hase im Pfeffer liegt, das sind eben diese eingekauften Güter und Dienstleistungen. Und das da würde ich gerne noch mal ganz kurz hinterher, weil ich glaube, dieses Scope-Modell, das ist tatsächlich etwas, was total wichtig ist und gleichzeitig auch schnell Verwirrung stiften kann. GHG hat sich deswegen das ja so ausgedacht, weil eben klar ist, ein Unternehmen steht ja nicht nur komplett abgeschlossen, hermetisch abgeriegelt für sich alleine, sondern in Beziehung mit anderen, nämlich der externen Welt. Das heißt, ich kann relativ schnell feststellen, welchen Strom habe ich verbraucht oder welche Art von Emission geschieht in meinen Prozessen. Ich kann auch relativ schnell sehen, wo kommt jetzt meine Wärme her und auf welche Art. Also sprich, ich kann von da aus berechnen. Da gibt es dann auch so entsprechende Umrechnungsfaktoren. So und so viel Energie dann in diesem Prozess erzeugt am Ende die und die Art von Treibhausemission. So, aber sobald ich dann irgendwie reinschaue über dieses, weil man kann Scope 3 nämlich auch im Prinzip halt eben nach vorne halt eben betrachten, wenn man wollte, also sprich Richtung Kunde und so weiter. Aber insbesondere das nach hinten ist ja spannend, nämlich dieses, wo kommen jetzt halt eben Dinge aus Vorprodukten her, die eben auch dazugehören. Weil es macht einen großen Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel hier jetzt irgendwie selber was baue, irgendwie so selber schaffe oder meinetwegen einkaufe bei den Lieferanten um die Ecke oder ob ich halt eben sage, drüben in Fernost, da soll mir das hergestellt werden und dann schippere ich das halt mit dem Schiff halt über sechs Wochen dann irgendwie hierher. Das macht ja einen Unterschied aus. Und was eben hierbei, und das bildet halt eben dieses Scope-Denke ab, so. Und immer wenn irgendeiner sagt von wegen, er sei jetzt irgendwie klimaneutral, dann kann man mal auf die Fußnote gucken, weil meist was zu dem Scope dabei steht. Und dann steht dann häufig dabei, dieses so Scope 1 und Scope 2 ist halt irgendwie gecovert und Scope 3, hä, da ist dann wieder irgendwie schwierig. Und es gibt ja auch so Taschenspielertricks nach dem Motto, ich selber habe so ein Emissionsproblem, deswegen lagere ich dieses Emissionsproblem in eine Tochtergesellschaft oder meinetwegen eine Zweckgesellschaft aus und sage dann eben so in meiner Berichterstattung und meiner Kommunikation berichte ich über den Teil, der quasi sauber ist und nicht über das andere. Oder aber ich sage, ich trenne mich bewusst von Geschäftsanteilen, weil das ja einen schlechten Scope hat, also schlechte Emissionen hat und so weiter. Und dann kaufe ich das nur noch über Scope 3 wieder zurück ein. Also das heißt, damit hat man schon frühzeitig angefangen, das System einzuziehen, was eben hilft, sich mit der Komplexität von diesen Leistungsströmen auseinanderzusetzen. Also wir müssen natürlich auch sagen, dass wir häufig hier immer mit Annahmen agieren, wenn hier Emissionen berechnet werden. Also weil das sind ja auch nicht nur CO2-Emissionen, sondern andere Klimagase werden dann umgerechnet in CO2-Äquivalente. Also diese Berechnung ist schon hochwissenschaftlich und da kann ich halt auch beliebig detailliert vorgehen. Und in den letzten 20 Jahren, wo das Thema hochgegangen ist, dass irgendwann mal ein Carbon Footprint auch relevant ist, hat man oder auch in der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen hat man sich sehr stark auf dieses Scope 1 und 2, weil da habe ich halt viel bessere Daten. Da bin ich ja auch selbst so ein bisschen Herr der Daten und kann dann ziemlich genau bestimmen, wie hoch meine Emissionen sind. Und das bringt mich dann zur nächsten Folie. Ach nee, davor nochmal einmal kurz einen Schritt zurück. Es gibt eben auch eine Studie des Work Economic Forum, da geht es darum, wie kann ich denn dafür sorgen, wir nennen das Dekarbonisierung oder Entkarbonisierung, also dass in den Lieferketten weniger CO2-Emissionen entstehen. Heißt natürlich, ich brauche dann in der gesamten Lieferkette bei Lieferanten neue Technologien, beispielsweise Umstellung auf Solarenergie oder was auch immer da möglich ist. Und da, weil wir ja auch immer darüber reden, dass das alles so teuer ist. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, das war Anfang 2021, also die Inflation ist jetzt im Moment noch nicht mit drin. Aber letztendlich, wenn ich mir jetzt hier so angucke, eine Hose kostet ein Euro mehr oder die Lebensmittel ein Euro mehr, das ist alles machbar, wenn man bedenkt, was wir dadurch gewinnen für unseren Planeten. Darf ich ganz kurz fragen. Das sind natürlich jetzt erstmal Kalkulationen auch, aber letztendlich, wenn wir dieses Thema wirklich konsequent angehen in der Lieferkette und wirklich diese Anforderungen aufstellen, dass da Produktionen umgestellt werden, dann ist das machbar und dann ist das auch finanzierbar, wie ja so vieles. Aber das ist ja völlig verrückt, weil wir ja im Moment die Inflation haben, weil wir fossile Energie in eine Knappheit geraten sind, in eine künstliche, durch Kriegskonflikt etc. Verknappung. Und das verteuert sich im Vielfalt. Also wenn ich das jetzt sozusagen vor mir sehe, würde bedeuten, wenn wir das rechtzeitig gemacht hätten, wäre die Inflation vielleicht gar nicht so stark ausgefallen und wir hätten noch was für den Planeten getan. Ist das richtig oder ist das so sehr einfach? Also ich glaube, grundsätzlich ist das generell in vielen Bereichen so. Wenn wir mal vor 20 Jahren, wo wir das ja auch alles schon wussten und auch gewisse Technologien schon hatten, da konsequent umgestellt hätten, stehen wir jetzt in vielen Bereichen, auch was die Inflation anginge, deutlich besser da. Ich glaube, das kann man so sagen. Aber dann ist gut, dass wir auch weitermachen wie bisher und auch aus allen möglichen anderen Ländern uns weiterhin Gas einkaufen. Passend dazu auch eine Frage. Also ich meine, das passiert jetzt natürlich auch nicht von jetzt auf gleich. Das ist klar. Das ist klar. Also das heißt, deswegen war ja so dieses Ding, hätten wir rechtzeitig damit sozusagen einen Schub gemacht und würden wir jetzt auch noch viel radikaler sozusagen den Schub anfeuern. Ich weiß nicht, was sich gerade ganz aktuell tut, ob neben den Gaseinkäufen und fossilen Anlagen auf dem afrikanischen Kontinent sich auch in dieser Hinsicht was tut. Das höre ich jetzt weniger in den Medien als vielmehr die andere Berichterstattung. Aber ja, natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Eine Frage aus dem Chat von Julia. Wird nicht so, wie Jens gerade gesagt hat, für Fracking hier im Lande argumentiert? Ich weiß nicht, worauf sich die Frage, habt ihr noch mal irgendwas mit Fracking gesagt? Das ist gerade an mir vorbeigegangen. Aber ich glaube, das geht auch so in die Richtung fossile Energie. Ja, in Richtung von, man kann damit leicht Sachen verdecken und so weiter, wenn man es so geschickt macht und so weiter. Aber vielleicht kann Julia ja noch mal das irgendwie, noch mal irgendwie formulieren, dass man es leichter hinkriegt. Und währenddessen würde ich noch mal eine Frage stellen. Also dieses, ich finde das ganz beeindruckend, weil da eben halt diese Prozentzahl, also sprich, es erhöht sich um jetzt immer zwischen 4 und 1 Prozent. Und dafür wäre es aber dann CO2-neutral, würde das jetzt bedeuten, oder? Weil es dekarbonisiert ist. Genau. Ja, das passt natürlich zu dem, weil wir... Also und damit meine ich nicht, dass da nur Zertifika... Also ich habe jetzt die Berechnungsmethodik, kann ich jetzt nicht so 100 Prozent runterrezitieren, aber es ist definitiv nicht nur das Einkaufen, also der Ablasshandel mit CO2-Zertifikaten, sondern es ist wirklich, erst mal Emissionen werden reduziert und neue Technologien werden, emissionsärmere Technologien, werden eingesetzt und der allerletzte Rest, der halt nicht beseitigt werden kann, der wird dann geoffsettet. Ich wollte gar keinen... Ich äußere gar keinen Zweifel. Was ich sagen will, ist dieses, das passt nämlich zu dem, was wir in der dritten Sendung hatten, da geht wenn man durchgehauen, auf den Global Scale, wie viel teuer das denn wäre, denn jetzt im Prinzip die Wirtschaft zu dekarbonisieren und so weiter so. Also wenn wir jetzt nur auf Klima und nicht auf Nachhaltigkeit schauen. Und da kam er nämlich interessanterweise auf ganz ähnliche Berechnungen, die sich auch so im mittleren, einstelligen Prozentbereich bewegen. Und das ist halt irgendwie total crazy, dass man tatsächlich noch darüber spricht, ob das Ganze was kosten darf. Und ich meine, wenn man jetzt noch mit einbeziehen würde, was der Wert einer, einer sauberen Umwelt jetzt im Großen und Ganzen. Also es gibt ja auch Ansätze, um diese Umwelteinflüsse zu monetarisieren. Weil ich meine, der Charme eines Euro ist halt, das ist jedem was geläufig. Es ist eine Größe, auf die man das runterbrechen kann. Oder des Dollars, wie auch immer. Und wenn man jetzt mal wirklich dann einkalkuliert, was die Kosten sind, dieser ganzen, der Vernichtung der Biodiversität, der Vernichtung von Ökosystemen und so weiter und so fort, dann haben wir wahrscheinlich negative Zahlen. Eine Frage noch aus dem Chat von Bela Funk. Sind in den Lieferkettenkosten nur die CO2-Äquivalente aus Energiekosten mit inklusive oder auch andere Umweltbelastungen, wie beispielsweise Meeresverschmutzung, Plastikvermüllung, Artensterben etc.? Also ich glaube, hier ist es tatsächlich das Thema nur CO2. Aber auch da komme ich gleich nochmal zu. Dass das natürlich auch ein viel zu schmaler Blick auf die Lieferketten ist. Gut. Ja, dann. Mach weiter. Okay. Also das Thema Emissionsberechnung, wie gesagt, da gibt es Leute, die beschäftigen sich da Tag 1, Tag aus mit. Die erstellen sozusagen sogenannte LCA-Datenbanken, also Life Cycle Assessment. Da wird dann analysiert im Durchschnitt, was wird bei der Herstellung einer Tonne Stahl durchschnittlich emittiert an Emissionen. Und während ich das, also es ist vielleicht ein bisschen falsch hier formuliert, aber grundsätzlich werden alle Emissionen auf Basis von LCA-Datenbanken berechnet. Also wenn ich jetzt auch Gas einkaufe oder wie auch immer, dann sage ich, ich habe so und so viele Tonnen Gas eingekauft und das sind so und so viele CO2-Äquivalente. Und das kann ich eben, wie gesagt, für meine eigenen Prozesse relativ genau bestimmen. Also wie viel Strom habe ich jetzt wirklich verbraucht? Wie viel von Rohstoffen habe ich eingesetzt? Wenn ich aber dann in die Lieferkette gucke, dann habe ich wirklich einfach nur, ich kaufe eine Tonne Stahl ein und durchschnittlich global sind das so und so viele CO2-Emissionen, dass natürlich eine Tonne Stahl, aber nicht gleich eine Tonne Stahl ist oder eine Tomate, die ich einkaufe, und nicht eine Tomate ist, sondern dass es davon abhängt, wie sah das auf der Plantage aus? Also wie ist da gearbeitet worden, auch landwirtschaftlich? Da sind unglaublich viele Faktoren, die da mit reinspielen, wie, was weiß ich, Hangneigung und solche Sachen. Letztendlich wie viel Emissionen dann bei der Pflanzung und dem Wachstum einer Tomate entstehen und das alles radiere ich da praktisch raus. Insofern und deshalb gibt es, auch wenn wir jetzt eben über das, was Jens angesprochen hat, hier CO2-neutral, das wird eben, da werden die Lieferkettenemissionen schon zum Teil mit einberechnet. Also wenn es ein vernünftiger Fußabdruck ist, dann ist zumindest Grupp 3 mit eingerechnet, aber eben mit einer extrem, extrem großen, groben Kelle. Und das Verrückte ist, dass wir da auch Stand heute nicht wirklich weiter sind. Also dass wir mal sagen, ja und wie sind jetzt wirklich die spezifischen Emissionen? Ich kann das etwas genauer bestimmen, wenn ich jetzt sage, okay, aus welchem Land kommt denn jetzt, wenn ich das ungefähr weiß, zumindest aus welchem Land kommt jetzt eine gewisse eingekaufte Ware her, weil ich weiß, dass dieses Land überwiegend eben mit Kohlekraftwerken ihre Energie erzeugt oder mit Wasserkraft. Aber es ist eben weiterhin eine sehr große Kelle. Und wenn wir jetzt wirklich dahin gehen, wenn wir nicht nur eben Zertifikate kaufen wollen und offsetten wollen, dann müssen wir irgendwie eine Datenbasis haben, dass ich wirklich sagen kann, jetzt möchte ich auch die Emission in meiner Lieferkette reduzieren. Und dazu muss ich dann wissen, was hat mein Lieferant, was erzeugt der an Emissionen an seinem Standort? Und was erzeugt dann wieder dessen Lieferant an Emissionen an seinem Standort? Und was wird dann wieder an der Quelle der Rohstoffherstellung emittiert? Und da sind wir im Prinzip noch ziemlich am Anfang. Es gibt viele technologische Lösungsansätze. Es gibt auch jetzt schon Möglichkeiten über beispielsweise Artificial Intelligence, AI-Technologie, diese aus den verschiedenen Datenbanken, die es gibt, die Daten immer präziser zu machen. Entschuldigung. Und in Einzelfällen werden jetzt auch schon, gehen dann Unternehmen her und sagen, hier geht es lieber Lieferant A, du bist ein wichtiger Lieferant für mich. Auf Basis meiner Analyse weiß ich, dass grundsätzlich in deiner Lieferkette eine Menge Emissionen stecken muss. Jetzt schick mir doch mal deinen Carbon Footprint. Und dass auch erste Unternehmen dazu übergehen, dass eben nicht nur im Einkauf Kostenziele definiert werden, sondern auch Emissionsziele. Es geht ja auch um Einkauf Qualitätsziele, klar, dass wir hier weiterkommen zu einer wirklichen Reduktion von Emissionen. Weil wenn ich dann erstmal weiß, was entsteht da in Emissionen, warum entstehen hier Emissionen, dann kann ich mit dem Lieferanten aufsprechen, guck mal, ich fände das gut, wenn das weniger Emissionen wären, können wir da nicht gemeinsam was umsetzen. Und warum sind wir da heute noch so weit von weg? Und das ist das große Thema Transparenz. Im Prinzip ist die Lieferkette ein großes schwarzes Loch. Und das ist halt ein bisschen scheiße, weil auf der einen Seite haben wir, ihr habt diese Anfangs-Grafik im Kopf, wo wir eben den riesen Batzen 80 Prozent der Emissionen kommen aus der Lieferkette und ich weiß über die Lieferkette nichts. Es gab mal, das ist auch schon ein bisschen älter, ein paar Jahre, die Statistik, dass einkaufende Unternehmen gerade mal sechs Prozent ihrer Lieferkette kennen. Bis zur Rohstoffquelle. Ich weiß nicht, Jens, ob du diese eine Grafik noch eingefügt hast, aber wenn man mal so ein Lieferkettennetz beispielsweise eines Elektromotors sich vorstellt, das sind, wir reden oft von Lieferkettenstufen, weil es ist ja nicht so, dass bei so einem komplexen Produkt wie im Motor ich nur einen Lieferanten dafür habe, für jetzt eine Komponente, sondern der hat wieder 20 Lieferanten dahinter. Und das ganze globale System ist halt komplett auf Intransparenz gebaut. Das heißt, das ganze Einkaufssystem steht im Prinzip durch diese Anforderungen vor einer Revolution. Was auch der Grund ist, dass jetzt wenn Unternehmen, das sind meistens dann größere Unternehmen, die sagen, okay, wir wollen das Thema aber jetzt mal angehen, die fokussieren sich dann auf einen ganz kleinen Teil ihrer Lieferanten, wo sie dann auf Basis der ersten LCA-Abschätzung gesagt haben, das sind die Lieferanten, wo wirklich Emissionen sind, das sind Lieferanten, bei denen habe ich auch Einfluss. Ja, da kann ich auch sagen, ich möchte, dass du die Emissionen reduzierst. Aber im Prinzip sind wir da immer noch sehr am Anfang. Wir haben auch wirklich, also es werden gerade erst Standards entwickelt, wie überhaupt diese Lieferkettenemissionen dann spezifisch zu ermitteln sind. Wir haben nicht nur extrem lange Lieferketten zum Teil, also bei der Tomate ist das noch relativ einfach, aber eben bei Motor nicht. Wir haben auch zum Teil eben ja sehr, zum Beispiel im Textilbereich, da wechseln Lieferanten sehr häufig und so weiter und so fort. Das ist natürlich dann auch sehr schwierig, das wirklich dann zu steuern. Und im Prinzip ist das ein Thema, das im Einkauf bisher keine Rolle gespielt hat oder nur eine sehr untergeordnete oder vielleicht nur bei Großunternehmen und da fehlt halt auch viel Know-how und es ist eben ein sehr interdisziplinäres Thema, das heißt, da befasst sich nicht nur der Einkauf mit, da befasst sich die Nachhaltigkeitsabteilung mit, da befasst sich Compliance mit, da befasst sich die Logistik mit und so weiter und so fort und die müssen dann alle zusammenarbeiten, um die Kuh hier vom Eis zu kriegen. Ja und vor allen Dingen am Ende dann, ja es ist ja gegenwärtig bei vielen Unternehmen ja dann doch immer noch die Preisentscheidung. Also dieses, da du vorne halt im Verkauf Preise nicht mehr heben kannst, harte Wettbewerbsbedingungen und so weiter, wird das Geld im Einkauf verdient so und da ist dann dieses so, okay, was sind denn jetzt Gradmesser für Entscheidungen so, da ist dann eben das ganze Thema, was Nachhaltigkeit angeht, doch gern auch mal der Verlierer in so einem Abschätzungskalkül. Ich habe eine Frage zu den Standards. Oben steht LCA, ist das alles 14,040, also sind das alles ISO-Standards, die da genommen werden für die Lifecycle Assessments? Genau, 14,040, ich glaube 14,040. Genau, aber das, also das sind, es gibt ISO-Standards, aber also wenn ich jetzt ein Lieferant bin und ich möchte meine eigenen wieder, also als Lieferant dann meines Grupp 1 und 2 Emissionen, ich hoffe, ich verwirre nicht zu sehr, berechnen, dann kann ich wieder auf bewährte Standards, ISO-Standards und GHG-Protokoll zugreifen, aber die Frage ist halt, wie gehe ich mit dieser Komplexität der Lieferketten kommen um und der Menge an Daten, also wie viel an Daten, wie stark muss ich auch diese Datenqualität sichern, weil es kann natürlich sein, dass der Lieferant A, wenn er denn einen Fußabdruck hat für sein Produkt, das nach einer anderen Methodik berechnet hat als Lieferant B, also ne, Cradle-to-Gate, Gate-to-Gate, das sind so alles so Begriffe, da wird es dann sehr spezifisch, also wo habe ich auch die Grenzen bei der CO2-Berechnung gesetzt und so weiter und so fort und dafür gibt es eben keine Standards, da gibt es einzelne Brancheninitiativen, die da jetzt halt auch dran arbeiten, damit, naja, auch die Lieferanten irgendwie wissen, an welchem Standard sie sich dann orientieren sollen, wenn sie von ihren Kunden gefragt werden, irgendwelche Daten zu liefern. Bevor ich die Frage von Nicole aus dem Chat stelle, habe ich selber noch ganz viele Fragezeichen, also ich bin tatsächlich auch ein bisschen entsetzt aufgrund der Realität, aber nur damit ich das richtig verstehe. Also ich versuche nochmal zusammenzufassen in meinen Worten sozusagen als Lerneffekt, wir haben sozusagen keine einheitliche Bemessung, wir haben als Grundlage sozusagen diese LCA-Datenbank, die das sehr grob schätzen kann, was sozusagen an Emissionen stattfindet. dann wäre jetzt meine Frage nach dem politischen Druckpunkt oder den Hebel, inwieweit sind Unternehmen denn verpflichtet, diese Daten zu erfassen, sozusagen auch weiterzugeben, weil du hast ja gesagt, es gibt ja keine Einheitlichkeit in der Bemessung sozusagen, also jeder hat da sein unterschiedliches System, aber gibt es eine einheitliche Pflicht, dass man das einreicht, dokumentiert, vorlegen muss, erfassen muss? Also es gibt grundsätzlich gibt es jetzt die CSR-Berichtspflicht, das heißt, dass ich einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen muss. Wenn ich jetzt feststelle, dass, also ich versuche jetzt nicht zu weit auszuholen, aber indirekt kommt über diese CSR-Berichtspflicht eine Verpflichtung rein, weil ich zumindest, es gibt einen Nachhaltigkeitsbericht Standards, der hat eine Menge Indikatoren, also über was ich berichten muss, unter anderem CO2-Emissionen, da gibt es auch einen Indikator CO2-Emissionen in der Lieferkette und wie ich diese, wie viele Lieferanten ich daraufhin überprüfe, also von wie vielen Lieferanten ich Emissionen erfasse, also so und da habe ich aber als Unternehmen auch noch die eigene Deutungsfunde Hoheit zu sagen, das ist für mich relevant, dieser Indikator oder nicht, also es ist sehr indirekt, warum auch jetzt schon Unternehmen das bisher gemacht haben, also überhaupt ihren CO2, diese CSR-Berichtspflicht in ihrer, in dieser Breite, also dass es nicht nur auf große Konzerne zutrifft, sondern jetzt auch für viele mittelständische Unternehmen zutrifft, also diese gesetzliche Pflicht gab es vorher nicht, aber da waren es halt oft dann doch Investoren Anfragen, Ratings und Rankings, also es gibt ja verschiedene Nachhaltigkeits Ratings und Rankings, wo ich dann gerne auch weit vorne stehe und das hat dann den Druck erhöht, aber eben ja sehr, sehr indirekt auf die Lieferkette, vor allen Dingen nicht diese Daten so im Detail zu erfassen. Und der zweite Hebel, den man sich vorstellen kann, ist natürlich, wenn irgendwann CO2 wirklich auch politisch bepreist wird, dann muss ich, dann wird das ein Kostenfaktor auch im Einkauf. Und dann kann ich, dann glaube ich, sind wir relativ schnell da auch valide Daten anzufordern und zu erstellen. Aber das heißt ganz aktuell, damit ich es auch verstehe, diese CSR-Berichte, die sind sozusagen eher, wenn wir mal sagen, zum Hübschen in Richtung Investoren. Das hat jetzt sozusagen keine unmittelbare politische Konsequenz, strafrechtliche Konsequenz, Sanktionen, die ich dadurch erwarte, sondern es ist einfach nur, ich komme in so einem Investoren-Ranking so ein bisschen sichtbarer. Und dann die zweite Frage, wenn das so ist, inwieweit kümmern sich die Investoren denn tatsächlich auch darum? Wenn am Ende sozusagen das Renditeversprechen wieder höher ist, als der CSR-Bericht eigentlich hübsch könnte ich direkt beantworten. Also dieses, zu dem anderen Punkt nochmal ganz kurz, also die Direktive, die da kommt, die heißt CSR-D, vorher gab es auch schon mal so eine Vorläufer, die sind nur für bestimmte Unternehmen. Die kommt erst. Genau, diese Feste, die kommt erst und die betrifft dann auch eher so knapp geschätzt jetzt in Deutschland 15.000 Unternehmen. Es gab ab 2004 gab es mal so eine gewisse Art von, du musst eigentlich auch ein bisschen darüber berichten, wenn es denn für die Einschätzung der Lage deines Unternehmens von Belang ist und so, also es war alles Gummi. Und aus diesem Gummi-Gedanken heraus hat sich im Prinzip die Nachhaltigkeitsberichterstattung auch so ein bisschen entwickelt, dass Leute gesagt haben, jawohl, ich möchte gerne darüber Berichterstatten und das zeigen. Und dann gab es das. Aber auf einer Jahreshauptversammlung dann am Ende des Jahres, da wird dann dann eher so gesagt, so dieses, okay, was steht in der Bilanz, was steht in der GV, und so weiter. Ach, und übrigens Nachhaltigkeit und hier auch irgendwie schön. Das Ding ist, in den meisten Fällen unterlag das dann nicht der Prüffpflicht, so, also sprich, du konntest dann irgendwie auch da, wie das auch so ein bisschen schreiben, einige große und die das wirklich wollten, haben sich dann prüfen lassen. Und durch diese Prüfung selber wurde das natürlich mit der Zeit auch dann besser. Nur, wenn jetzt tatsächlich mal aufgefallen ist, dass du kompletten Kappes behauptet hast, dann war das natürlich ein Skandal, aber so richtig doll durchgeschlagen hat es dann auch nicht. Also wir können mit Sicherheit jetzt auch irgendwie zehn Beispiele aufzählen, wo das irgendwie dann doch so war. Aber im Großen und Ganzen ist das bisher relativ zahnlos. Und dieses, es gibt natürlich auch regulierte Branchen, wo da eben auch sehr viel feste Standards gibt und so weiter, so Rüstung, Flug, Aviation und so weiter. Da gibt es so bestimmte Standards, die dann auch so Anforderungen, Lieferkette geben. Aber der Großteil von der Wirtschaft ist komplett da noch am Anfang. Und wie Miri schon sagt, also in dem Moment, wenn jetzt der Gesetzgeber sagt, nein, du musst jetzt zum Beispiel über A, B und C berichten oder du musst zum Beispiel so einen Nutri-Squad, du musst jetzt irgendwie dazu einen CO2-Wert halt irgendwie mit angeben und so weiter. Und dann wird das eben Gegenstand von Wettbewerbsaushandlung. Oder halt eben, wenn da jetzt auf einmal tatsächlich so eine Externalität reinkommt, wie zum Beispiel CO2-Preis. Dann ist natürlich jeder daran interessiert, das gut einzukaufen oder das Vorprodukt mit einem guten Footprint. Und dann auf einmal wird das alles hochinteressant und hochwichtig. Nur bis dahin ist das eben so eine Mischung aus so nah an einigen Stellen vielleicht gut, aber in den meisten Fällen dann doch eher so so ein bisschen mit geschätzt und so. Dann passt jetzt wunderbar die Frage von Nicole. Sie fragt, wie lange dauert es, bis Instrumente zur Verfügung stehen und auch eingesetzt werden und dann Techniken zur Verfügung stehen, die dann auch eingesetzt werden, um bei den Lieferketten die Klimakatastrophe nicht weiter zu pushen. Wir haben ja gerade keine Zeit mehr. Tja. Ich weiß nicht, wie viel das Umrüsten auf eine Solaranlage kostet, aber letztendlich ist das natürlich auch immer nur ein Element. Also wir brauchen natürlich auch in den Herkunftsländern Bestrebungen, da Emissionen zu senden und so weiter und so fort. Also es muss natürlich alles zusammenspielen, aber ich glaube, die Frage, aber ich glaube tatsächlich, wir sehen das jetzt, da komme ich ja gleich nochmal bei dem Lieferkettengesetz, wenn da mal eine Verpflichtung ist, dann können die schon ziemlich schnell auch agieren. Ja, also dann würde ich jetzt mal grob, also da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, aber sagen, in fünf Jahren können wir da schon viel erreichen. Ich glaube, das ist, das ist glaube ich auch der Punkt, den Nicole meinte, das ist sozusagen eher so, also uns fehlen die Daten, uns fehlen sozusagen die Betriebsverpflichtungen, die Daten zu erfassen, wenn das aber mal gegeben wäre, dann würde alles andere ja massiv in Bewegung geraten, also auch Kopplung mit CO2-Preis und all diese Sachen und die, man hat ja den Eindruck, wenn man Medien so zuhört, dass das ja alles schon irgendwie stattfindet, aber wenn man jetzt das jetzt so hört, dann hat ja auch jemand, hat Nicole auch nachgehört, wird ja immer deprimierender, euch zuzuhören, dann ist das ja definitiv noch nicht der Fall, sondern eigentlich muss ja jetzt noch viel mehr Druck gemacht werden, damit genau diese Sachen jetzt auf den Weg gebracht werden, weil das sind ja die Grundvoraussetzungen. Um vielleicht ein bisschen gute Laune zu verbreiten. Oh, gut. Immer gut bei uns. Also ich arbeite ja selbst für so eine Technologieplattform, die eben das Ziel hat, auch Transparenz in die Lieferkette zu bringen und davon gibt es gerade sehr viele Ansätze in verschiedenen Richtungen. Also das Scope 3 ist schon gerade das heiße Thema. Da gibt es unglaublich viele Unternehmensgründungen und auch Invest, also es gibt ja, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, wie viel Investorengeld da reinfließt, aber das ist schon so grundsätzlich ist es jetzt auf die Agenda gerückt. aber und es gibt sicherlich auch schon erste, also ich weiß von ersten Großkonzernen, die das als sozusagen, also dass du zumindest einen CO2-Fußabdruck liefern kannst für deine Produkte, dass das Teil der Einkaufspolicy ist. aber es ist tatsächlich, also ich habe ja auch vor anderthalb Jahren eben mich sehr auf dieses Thema Lieferkette fokussiert und ich bin auch das eine oder andere Mal, ich hätte auch gedacht, dass wir in vielen Bereichen schon weiter sind. da tatsächlich, ich meine, alle drei, wie wir hier sitzen, haben ja auch die eine oder andere Konzernerfahrung hinter uns, entweder in der Beratung oder selber drin und vielleicht hören auch einige Leute, die sozusagen in der Wirtschaft sehr stark verankert und tätig sind, ich glaube, man muss auch von innen heraus diesen Druck permanent machen, im eigenen Unternehmen, auch wenn man denkt, man nervt die Leute, aber genau dieses Ding, einfach mal nachzufragen, haben wir sowas, wer ist denn dafür zuständig, wäre es nicht mal eine gute Idee, auch aus wirtschaftlicher Sicht sich mal so ein Score zu machen, was wir denn überall an Ressourcen und so weiter auch verbraten, aufgrund des eigenen wirtschaftlichen Interesses und so weiter, davon mal völlig abgesehen, weil wir kommen ja auch aus einer Wirtschaft, wo das auch preislich bisher kaum eine Rolle gespielt hat, also Ressourcen haben da gar keine große Rolle gespielt, weil ja alles im Überfluss da ist, auch das hat ja andere Arten von Grenzen jetzt, nicht nur was Emissionen und so weiter angeht, sondern auch, wir haben ja jetzt schon eine Rohstoffknappheit bei Kupfer etc., dass eben nochmal der Appell und auch der Appell in Richtung vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen Aktivismus zu sagen, auch viel mehr Druck mit diesem Wissen jetzt dahingehend auf die Konzerne zu machen und zu sagen, hier bewegt euch bitte, macht das bitte und so weiter, weil ich glaube, je konkreter man Hebelpunkte identifiziert und da Druck ausübt, desto mehr, glaube ich, bewegt sich das, wie wenn man immer nur sagt, wir müssen was gegen die Klimakrise tun, sondern mal konkreter sagen, ihr müsst hier das und das tun oder ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also was ich halt auch immer faszinierend finde, ist, dass ja doch, also wir sind ja doch in der Lage, relativ schnell, wenn wir wirklich über konkrete Lösungen reden, also wenn wir diese ganze ich sag mal Blabla drumrum, dann sind wir ja auch oft in der Lage, Lösungen zu finden und allein die Tatsache, dass mal Unternehmen und Lieferanten an einen Tisch kommen und sagen, hey, wir haben hier ein Thema, das müssen wir irgendwie angehen und dann gibt es am Anfang oft eine große Abwehrhaltung und dann erklärt man mal, warum das wichtig ist und warum das auch letztendlich ein Wettbewerbsvorteil sein kann für alle in der Lieferkette und dass es halt einfach kommen wird und ja, das Thema, wenn man jetzt, selbst wenn man die Welt nicht retten möchte, also rein aus ökonomischer Sicht ist ja das Thema dieser intransparenten und langen Lieferketten auch uns in den letzten zwei Jahren ziemlich auf die Füße gefallen und wenn jetzt irgendwo Silizium knapp wird, ich weiß nicht, wen ich ansprechen soll, weil ich meine Lieferkette nicht kenne, ich weiß nicht, also wir reden da eben von diesen Lieferkettenstufen oder Tiers und der direkte Lieferant ist Tier 1 und dann geht es runter bis Tier 2, 3, 4, 5, ich weiß nicht, wer mein Tier 5 Lieferant von Silizium ist, der irgendwo in dem Land sitzt, wo ich jetzt weiß, okay, da wird es knapp und wenn ich dann Lieferkettentransparenz habe, dann kann ich da viel direkter auch in die Interaktion gehen und in die Lösungsfindung. Und wir sind dann direkt schon beim Thema Kreislaufwirtschaft, weil das ist ja sozusagen auch die Initialisierung dessen, erst wenn wir den Überblick über Ressourcen haben, dann können wir überhaupt mal bestimmen, was wir recyceln müssen, um wieder neue Ressourcen und so weiter da rauszupacken oder auch sozusagen das ganze Recycling mit wiederum in diese Kette einzuspeisen, weil die wird ja wahrscheinlich auch eine Rolle irgendwann spielen in der Lieferkette. Also es wird ja wahrscheinlich zusammenhängend irgendwie sein. Es ist jetzt keine Eigeninteresse. Es ist gerade eine unglaubliche Dynamik, also nicht nur, was das Thema CO2 angeht. Und es ist natürlich jetzt eine Scheißsituation, weil der Einkauf jetzt gerade auch ziemlich belastet ist. Aber im Prinzip, wenn ich jetzt wirklich sage, das Thema kommt, es wird immer mehr, es wird irgendwann mal auch ein Wasserfußabdruck abgefragt, es wird irgendwann über Landnutzung, über Deforestation gefragt. Dann stelle ich mich doch besser jetzt dafür auf, damit ich dann in Zukunft nicht jedes Mal wieder in Panik verfalle und das dann auf einmal irgendwie halbgar das Thema irgendwie abwickele und jede Menge Geld dann auch wieder rausblase dabei. Ich glaube, dieser Punkt Resilienz ist tatsächlich dabei ganz wichtig, also bei Lieferkettensteuerung dann nicht in Engpässe hinein zu geraten. Also zu dem, was Nicole vorhin gesagt, gefragt hat, dieses in Sendung zwei und in Sendung drei hatten wir das mal gehabt, dieses wie lange wird es denn dauern? Also wenn wir im Bereich Strom dekarbonisieren wollen weltweit auf dem Scale sieben bis zwölf Jahre, also es ist durchaus absehbar. Das Ding ist nur halt, was wir momentan haben ist, das ist halt alles noch der Freiwilligkeit unterworfen. Und ich glaube, ohne robuste Politikinstrumente, die hier konkrete Offenlegungspflichten haben und nicht etwas wie bitte berichte und schafft Transparenz in der Lieferkette, sondern hier ganz konkret, was ist denn da für ein Wareneinsatz, wird sich wahrscheinlich auch weiterhin nur alles in tektonischer Geschwindigkeit bewegen. Und bis dahin ist es wichtig, dass wir von innen heraus oder eben auch als Zivilgesellschaft da eben halt eben mal konkret und interessiert nachfragen, damit sich dort was bewegt. Das, was Miriam gerade erzählt hat, von wegen der Fußabdruck für Wasser und für Land und so weiter, das ist ja klar, dass es irgendwann kommt, weil wir irgendwann an die Schwelle kommen, wo wir gar nicht anders können, als politisch einzugreifen. Und wenn man darauf nicht in dem Moment vorbereitet ist, dann wird man zu denen gehören, die behandelt sind und nicht die Handelnden selber sind. Also da selber sich drüber wahrzuwerden, so was stelle ich denn hier eigentlich an mit biotischen, abiotischen Stoffströmen und so weiter, so führt dazu, dass man am Ende nicht mehr wirklich managen kann mit Ressourcen, die auf einmal sehr endlich geworden sind. Ja, also mir ging vor allen Dingen da beim Thema Einkauf ein Licht auf, weil es sehr klar, im Moment ist die einzige Funktionslogik des Einkaufes sozusagen den günstigsten Einkauf zu tätigen. Und alles andere zählt nicht. So, und das sind jetzt Dinge, die dazukommen. Das heißt, als erstes müssten ja eigentlich die Leute im Einkauf überhaupt erstmal grundsätzlich qualifiziert werden, damit sie in diesen Themen überhaupt in Zukunft Bescheid wissen. Also es muss ein Wissen generiert werden. Und dann müsste eigentlich in der Konzern-Governance in Richtung, weil der Einkauf wird das ja nicht selber entscheiden können, sondern es muss ja sozusagen vom Vorstand, von den Shareholdern, von wem auch immer die da das Sagen haben, die die Gatekeeper sind, muss es eine Ansage an den Einkauf geben, zu sagen, so ab morgen ist eure Funktionslogik eine andere oder wird erweitert um. Genau diese Punkte, die Mirjam eben beschrieben hat. Also da sehe ich schon eine hohe Verantwortung. Und ich muss halt irgendwo auch sehen, dass dann Dinge teurer werden. Also ich muss dann sozusagen auch eine so eine Art Even-Over-Logik da reinbringen. Also zu sagen, das ist mir jetzt wesentlich wichtiger als die Kosten am Ende. Also solange wir sozusagen diese Ziele erfüllt haben, ist sozusagen das wichtiger als am Ende diese Ersparnis. Wie auch immer man das im Detail macht, aber von der Grundlogik her ist es eben wichtig zu sagen, dass diese jetzige herrschende Funktionslogik in irgendeiner Art und Weise abgelöst werden muss. Ja. Das ist schön zusammengefasst. Eigentlich ganz einfach, aber in der Theorie. So, jetzt komme ich mal von dem, wir haben jetzt sehr viel über Emissionen geredet, weil wir ja auch hier über die Klimakrise reden, weil auch die Klimakrise ist ja nicht nur abhängig von CO2-Emissionen, sondern von vielen anderen Faktoren. Und das, was wir eben jetzt gerade eigentlich ja schon angesprochen haben, ich will das jetzt hier gar nicht groß auswirken, aber das Thema, die Themen in der Lieferkette werden mehr werden. Product Compliance, ich habe jetzt schon Anforderungen, dass ich bei bestimmten Stoffen bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten darf, weil es giftig ist. Und das Thema Menschenrechte und wir haben eben diese ganzen verschiedenen Umweltauswirkungen, die am Ende eine Rolle spielen. Deshalb, genau, haben wir jetzt das Thema Menschenrechte in der Lieferkette. Und wie diese schönen Bilder hier zeigen, also haben wir hier also ja eben nicht nur Emissionsthemen, sondern wir haben eben auch oft das Thema, dass bei der, gerade bei der Rohstoffextraktion, aber auch bei Verarbeitungsprozessen eben Menschenrechte massiv eingeschränkt werden. Moderne Sklavenarbeit ist ein Thema, Kinderarbeit, Rohstoffe aus Kriegsgebieten und so weiter und so fort und auch die lokalen Umweltauswirkungen, die dann entstehen und die Auswirkungen auf die Menschen haben, die dort leben. Da gibt es ja immer dann das schöne Beispiel derjenigen, die Elektroautos nicht mögen. Ich mag sie persönlich auch nicht besonders, weil ich finde sowieso, dass wir den Individualverkehr einfach mal reduzieren sollten. Aber grundsätzlich wird dann immer schön aus dem Hut gezaubert. Ja, aber hier für Kobalt und Lithium, da werden ja ganze Landschaften verwüstet und das kommt aus Kriegsgebieten und da werden Menschenrechte. Das ist alles richtig. Ja, also das darf man auch nicht und deshalb müssen wir auch immer gucken, wie viel, wenn wir jetzt eine neue Technologie haben, wie viel können wir davon wirklich nachhaltig konsumieren. Aber das ist natürlich jetzt nicht so, dass die Ölgewinnung so völlig ja, menschenfreundlich gewesen ist an den Stellen, wo das Öl aus der Erde gekommen ist und für die Biosphäre oder die Ökosysteme da drumherum besonders förderlich. also man kann ja mal nach dem Thema Ölgewinnung und Nigeria googeln, dann haben wir da ganz andere Themen. Also letztendlich haben wir hier die Chance, wenn wir über saubere Technologien reden und es gibt viele saubere Technologien, CO2-sparende Technologien, die auch auf seltenen Erden, Rohstoffen und sonst was basieren, wo lokal sehr große Umweltverbrechen begangen werden können, wo Menschenrechtsverbrechen begangen werden, dann lass uns das doch jetzt so aufstellen, dass wir diese Technologien so gewinnen, dass alle davon gewinnen. Sowohl, dass wir das begrenzen, dass wir keine wichtigen Ökosysteme kaputt machen, soweit es geht und dass wir eben die Menschen, die uns dabei helfen, diese sauberen Technologien zu implementieren, dass wir die auch vernünftig behandeln oder das zumindest als Grundanforderung stellen. Darf ich einmal ganz kurz nochmal, kannst du einmal ganz kurz nochmal acht Schritte zurückgehen oder sieben oder so? Weil der Punkt ist nämlich dieses, ich finde das super zusammengefasst, ich würde gerne mal kurz ein Beispiel geben, nämlich dieses, was ist die Verantwortung des Unternehmers nochmal anders zu bringen, weil nämlich viele glauben, der Footprint ist wichtig und Lieferkette und so weiter, aber wie abstrakt das sein kann und wie indirekt ist vielen gar nicht klar und hier im Prinzip nochmal so ein bisschen unterfüttert oder versucht mit meinen primitiven Worten das zu unterstreichen, was Miriam gerade eben schon so gut ausgeführt hat, nämlich diese stellt sich vor, man hat hier so den Garten Eden dort, wo man halt irgendwie so unberührte Natur hat und dann huch, was findet man da, einmal raufklicken bitte, seltene Erden und denkt sich dann so, ja, super Gelegenheit das abzubauen, einziges Problem ist nur die fluffigen Affen. So, jetzt hast du da fluffige Menschenaffen und dann weißt du genau, du darfst da kein Mining machen, die Affen zu jagen und die dann langsam auszurotten und so weiter, aber wenn kein Grund mehr für den Naturschutzpark da ist, dann kannst du ja Mining betreiben. Also, wie reagiert dann irgendwie die Zivilgesellschaft drauf, nämlich mit NGOs und dann meist auch mit Rangers. So, das heißt, die sind dann irgendwie so, dann sind die Affen erstmal wieder geschützt. Also, was machst du dann? Du suchst dir dann irgendwo ein paar nette, ausrasierte junge Männer, so, finanziert werden die dann meist, da ist Schweiz ein ganz interessanter Umschlagsplatz, sowohl für Geld, für Macht als auch für Waffen, um dann an der Stelle dann eine Beliz anzuheuern oder halt jemanden, der irgendwie Lust und irgendwie Machtambitionen hat, dann irgendwie mit Geld auszustatten, damit der dann irgendwie da Dinge tut. So, und jetzt kommt der Auftritt Szenenwechsel des weißen Mannes, nämlich wir erfinden dann so Gesetze, die dann sagen, hm, diese ganze Sache ist ja irgendwie doof, das möchten wir eigentlich nicht, aber anstatt uns da jetzt tatsächlich jetzt wirklich einzugreifen, machen wir das so, dass wir Gesetze erlassen, wie zum Beispiel den vor ein paar Jahren kam, ein Gesetz in Amerika raus, das hat sehr viel Aufsehen gesorgt, der Dot Frank Act, wo da eben gesagt wurde, okay, als Unternehmen sollst du bitte Transparenz herstellen über deine Lieferkette an verschiedenen Stellen, war auch ein größeres Paket, waren viele andere Sachen bei, aber da ging es insbesondere um Konfliktmineralien, dass man gesagt hat, wenn du sourcest, dann stelle bitte sicher oder stelle zumindest fest, ob dann Material aus Konfliktregionen kommt, um genau diese Kette zu durchbrechen und Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz ist halt eben auch etwas, was eben Menschenrechte und halt eben auch derlei Dinge eben mit adressiert im Sinne von als Unternehmer, mach dir bitte Gedanken, weil, letzter Klick, das Ding ist, irgendwo sitzt jetzt gerade Konzernsoldat XYZ an irgendeinem Tisch und muss jetzt Sachen ausfüllen und sieht dann dieses, ja, es gibt hier einen Lieferant oder einen Vorlieferant und der kommt aus dieser Region, schaue ich mal nicht so richtig hin, wenn ich da nicht kaufe, kauft es halt ein anderer oder aber so schlimm wird es schon nicht sein, ach, ich habe die Unterlagen hier nicht oder es sieht irgendwie komisch aus, aber ist jetzt auch egal und das ist genau das Problem, an der Stelle müssen Unternehmer und die Unternehmensvertreter auch sicher sein, was sie da tun, weil der Herr oben mit dem Ausrasierten und so weiter, also der findet nur dann den Grund für einen Konflikt, wenn er auf der anderen Seite einen Käufer findet, das heißt, wenn sich irgendwie das Land selber dazu entschließt, irgendwo Mining zu betreiben und so weiter, dann ist das ja irgendwie alles gut und schön, aber derjenige hat nur wirklich einen Anreiz und kriegt auch nur das Funding und so weiter, da irgendwas zu starten, wenn er auf der anderen Seite halt eben meist in der westlichen Welt auch einen Käufer, einen Abnehmer findet, so und deswegen sind solche Prüfungen und auch die Einheit und diese Gesetze eben kein lästliches Verbrechen und ich erwähne das deswegen, weil ja immer wieder Compliance als Thema aufkommt, Compliance gegenüber sowas wie Korruption und so weiter, das ist relativ hart bewährt, Compliance gegenüber diesem Ding ist manchmal noch nicht wirklich so stark sanktioniert, dass man sich vielleicht doch die kleine andere Sache, das heißt, es kommt auf eine Art von Haltung an, will ich das wirklich ernst nehmen oder nicht, weil wenn ich es nicht ernst nehme, dann hat das möglicherweise Folgen, die ich gar nicht sehen kann, so und deswegen ist Lieferkette auch so ein spannendes Thema, weil da echt so viel verrückter Kram passiert, das ist wie mit dem Schmetterling und auf der anderen Seite der Welt entsteht ein Sturm, das ist genau das. Aber haltet ihr beiden es für realistisch, dass das aus einer Freiwilligkeit heraus überhaupt funktioniert, weil ja sozusagen die Triebfeder des Ganzen ist ja der Rohstoffhunger, also wenn ich die Rohstoffe nicht habe, kann ich meine Produkte nicht bauen, also würde es entweder bedeuten, ich muss mein Geschäftsmodell dahingehend umstellen, dass ich andere Produkte herstelle, so oder ja, es kommt ja dann immer wieder das Argument, was wir ja bei allen schmutzigen Geschäften immer erleben, zum Beispiel bei Waffenexporten, kommt ja immer das Argument, ja wenn wir es nicht machen, dann machen dies und dann wird es ja noch viel schlimmer und so weiter. Wo seht ihr da wirklich den Hebel? An welcher Stelle? Ist das politisch? Kann man das selbstverpflichtend überhaupt hinbekommen? Also mir wird da ganz schwindelig. Nein. Ist naiv. Also deshalb gibt es ja auch jetzt das Lieferketten sorgfaltlichen Gesetz, weil man sehr lange tatsächlich, wie ja Jens gesagt hat, für die Konfliktmineralien oder 3TGs gibt es schon etwas länger eine Regulierung, wo auch Nachweise erbracht werden müssen, aber was also was die Summe der Rohstoffe angeht, hat man da sehr lange auf diese freiwillige Selbstverpflichtung gesetzt und gemerkt, das funktioniert nicht. Und es gibt ich nagel mich nicht darauf fest, aber es ist natürlich schwierig, es gibt, glaube ich, als das Lieferketten sorgfaltspflichtengesetz in Deutschland beschlossen wurde, hat man in China dann direkt irgendwie ein Gegengesetz gemacht. Ich habe jetzt den Namen nicht mehr im Kopf. Aber das ist natürlich, wir können hier Gesetze entscheiden, sie müssen am Ende durchgesetzt werden, aber wichtig ist, dass wir dieses Gesetz haben und dass es eben jetzt zu den Aufgaben von Unternehmen gehört, sich damit zu befassen. Natürlich kann jetzt auch, wie Jens es schon sagt, Konzernsoldat X nicht von ganz alleine die kompletten Lieferketten aufräumen, aber je mehr Unternehmen danach fragen und je mehr das auch etablierte Praxis wird, desto mehr können wir auch verändern am Ende und desto mehr ja, irgendwie darauf und es muss schon gesetzliche Verpflichtung sein und es kommt jetzt auch das europäische, es kommt ein ähnliches europäisches Gesetz, sodass das dann auch zumindest in ganz Europa gilt. Also wenn man wirklich wollte, dann könnte man sowas, also wenn man sich überlegt, dass ein Großteil des Elends von Afrika hängt ja auch mit WTO zusammen, also mit internationalen Handelsgesetzen, die dann am Ende dann in Handelsbarrieren und Tarifen und Zugängen zu Märkten und so weiter niederschlagen. Es gibt eine Reihe dieser ganzen Verträge, die dafür sorgen, dass bestimmte Teile der Welt halt eben genau in dem Zustand sind, unter anderem, also es war jetzt nicht irgendwie geheimer, böser Plan, sondern dass man gesagt hat, wir möchten gerne unsere lokalen Märkte beschützen und deswegen sind die anderen halt nicht wirklich fair in der Teilnahme und wenn es dann eben diese stark wirkenden Dinge gibt, dann könnte man sowas eben auch da einfügen. Man könnte zum Beispiel sagen, okay, aus den Ländern sourcen wir nicht oder da sourcen wir speziell oder sourcen wir unter bestimmten Bedingungen oder aber man richtet einen international body ein, der das irgendwie beobachtet politisch eine ganze Menge machen, es ist uns aber egal, es ist uns einfach schlicht weg egal und das ist eben genau das Problem und auch dieses von wegen ich hab mein Fairphone und so weiter, ja, sehr geil, aber am Ende, selbst wenn du all diese ganze Transparenz hast, würden wahrscheinlich die meisten Konsumenten immer noch sagen, ich kaufe doch lieber dieses Gut oder dieses Phone oder wie auch immer so. Das heißt, was wir hier bräuchten, wenn wir das wirklich ändern wollen, ist erstmal klar, anderer Mindset, dies, um das wirklich zu verändern, aber politisches Handeln, also im Prinzip das, was wir in der zweiten Sendung hatten, da diese verschiedenen Cluster, die müsste man bedienen. Ja, man, ja, das ist ja sozusagen die große Krux, einer hat ja auch geschrieben, aber unser Wohlstand und so weiter, das würde ja einen kompletten Systemwandel erfordern, also dass es eben dann nicht mehr 20 verschiedene Telefone gibt, das ist Quatsch, sozusagen, weil erst wenn ich 20 verschiedene Telefone habe, habe ich überhaupt 20 Ideen und Bedürfnisse nach einem solchen Telefon. Wenn ich jetzt nur ein Fairphone hätte, hätte ich ja sozusagen gar nicht das Dilemma, sondern ich würde mich freuen, dass ich ein Fairphone habe, mit dem ich all das machen kann, was ich mit anderen Telefonen auch mache, habe jetzt vielleicht dann nicht eben dieses Status und was mir Werbung und so weiter alles noch suggeriert oder eine smoothere Funktion, keine Ahnung und das ist halt einfach Am Ende kommt es immer auf Reduce, Reuse, Recycle zurück und wir machen immer wieder, wir ersetzen immer wieder das eine durch das andere in der gleichen oder in einer noch größeren Menge. Genau, eigentlich müsste das zum neuen Statussymbol werden, wenn man so will. Also wenn man davon ausgeht, dass im Konsum sozusagen Status eine extrem hohe Rolle spielt, dann muss das zu einem neuen Statussymbol werden. Kurzer Tagesordnungshinweis, wir haben noch ungefähr 45 Minuten, Miri hat noch Termine, das heißt, wir müssen uns jetzt ein bisschen zurückhalten und ihr den Raum lassen, den sie braucht. Und ich möchte nur kurz sagen, dass Jens vor der Sendung ja gesagt hat, heute wird es nicht so lang. Wir kommen gut durch. Okay, Miriam, leg los. Ansonsten müssen wir dich nochmal einladen, das können wir auch entklingen. Gerne. Ja, also nochmal einfach um einen anderen Blickwinkel nochmal da drauf zu machen, Jens hat das aber eigentlich auch schon alles sehr schön dargelegt. Wir alle haben wahrscheinlich schon mal von Rana Plaza gehört, diesen furchtbaren Fabrikeinsturz in Bangladesch. Das sind eben alles Lieferketten Themen, der ganze, das schimmernde Lidschatten und Autoglänzen, Autolacke, das ist glaube ich auch dem wenigsten bewusst, dass wir da einen Risikorohstoff beziehen, der teilweise dann aus Kleinstminen in Indien von Kindern unter gefährlichsten Bedingungen extrahiert wird. und als letztes Beispiel einfach nochmal jetzt auch relativ kürzlich dieses ganze Thema, also das finde ich auch immer wieder, was suggeriert wird, was wir alles über die Lieferkette wissen. Also wenn ich mir gucke, was alles Green Cotton ist und irgendwie diese Jeans ist nachhaltig und das weiß dann denke ich, wie könnt ihr das guten Gewissens behaupten? Da ist vielleicht ein Anteil an Biobaumwolle drin, aber der ganze Rest, den wir hier besprechen, ist da überhaupt nicht mehr drin und tatsächlich ist jetzt H&M auch dafür angeklagt worden. Und das braucht es dann halt auch, es braucht jemanden, der das dann auch überprüft und dann sagt, hey Leute, ihr seid ihr zu weit gegangen und so geht es jetzt auch nicht. Jetzt macht mal erstmal wirklich eure Hausaufgaben und das ist ja leider auch sowas, wenn ich irgendwas gemacht habe, was irgendwie gut ist, dann kommuniziere ich das exponentiell nach außen, sodass der Eindruck entsteht, dass eigentlich mein ganzes Unternehmen total super ist, weil wir alles umgesetzt haben, da wäre auch eine neue Bescheidenheit ganz gut. Ich habe nochmal ein Beispiel mitgebracht von Tonys Chocolonely, die sich ja auch als ethische Marke positionieren und die halt gesagt haben, ja, wir haben das mal überprüft und wir haben 1700 Fälle von Kinderarbeit gefunden. Und wir dürfen uns auch nicht anlügen bei der ganzen Sache. die Dinge passieren, die sind da und wir schaffen auch die von heute auf morgen nicht ab. Und das ist jetzt nicht, weil Tonys Chocolonely das gut findet, dass da Kinder arbeiten, aber es gibt eben diese Transparenz Grenzen und an die stoßen auch Unternehmen, die es wirklich wollen und können da eben nicht sauber einkaufen. Aber wichtig ist auch hier wieder, Sie wissen es jetzt, das war auch glaube ich dann der Tenor des Artikels und jetzt kann man halt gucken, wie man das, wie man dagegen angehen kann, sodass diese Kinder dann auch wieder den Raum haben für Kinder zu sein, Bildung bekommen und eben nicht den Lebensunterhalt für ihre Familien verdienen müssen. Das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, ohne da jetzt zu tief reinzugehen und viel von deiner Zeit da zu klauen, aber das, also man könnte Mindeststandards setzen, wenn man das wollte, wenn man das nur wollte, aber das Ding ist halt, dieses ganze Thema Globalisierung funktioniert ja auch deswegen, weil dort die Arbeitskosten niedriger sind und die Arbeitskosten sind niedriger, weil dort die Arbeitsstandards niedriger sind. Das heißt, man hat sich ja bewusst dafür entschieden, Leute halt eben in solche Elendsituation auch irgendwie hineinzubringen oder zu lassen, damit man damit einfach günstiger Preise hat. Und das ist halt einfach die schlichte Wahrheit, die dunkle Seite uns Konsum ist. Klar, geht das auch gar nicht anders, weil bestimmte Sachen da nur wachsen und teilweise sind auch Lohnstrukturen anders alles gekauft. Aber in dem Moment, wenn wir natürlich hier diese komparativen Preisunterschiede im Bereich Lohnstückkosten uns genau ansehen, dann hängt eben ganz muss ich halt irgendwie für das eine oder für das andere entscheiden. Ja, wir hatten schon ein bisschen das über Gesetze und gesetzliche Vorgaben gesprochen, also es gibt schon einiges. Die CSR-Richtlinie ist diejenige, die Jens auch schon angesprochen hat, die es schon 2014 gibt. Und die neue Richtlinie ist die CSRD, die jetzt nächstes Jahr in Kraft tritt. Und die eben deutlich mehr Unternehmen verpflichtet, über Nachhaltigkeit zu berichten. Und ja, das ganze Thema Menschenrechte fasst man gerne unter dem Begriff Sorgfaltspflichten zusammen oder Due Diligence. Das gibt es nicht nur im Bereich der Menschenrechte oder der Nachhaltigkeit, das gibt es auch was Finanzrisiken und sonst was angeht. Aber im Prinzip geht es da darum, dass ich eben, dass wir anerkennen, dass wir als Konsumgüterhersteller oder was auch immer, dass wir eben eine Verantwortung auch für die Lieferkette haben. Und dagegen wurde ja auch viel Sturm gelaufen gegen diese Gesetze, gerade gegen das Lieferketten Gesetz. Aber letztendlich ist ja jetzt auch kein Unternehmen mit diesem Gesetz verpflichtet, sofort zu sagen, meine Lieferkette ist frei von jeglichen Menschenrechtsverletzungen, sondern es geht darum, auch hier sich erstmal ein Bild zu machen, Transparenz zu schaffen, die Lieferanten zu gucken, wo kommen denn eigentlich meine Lieferanten her, wo sind Risiken, wo sind potenziell Risiken, in welchen Ländern gibt es potenziell ein großes Risiko von moderner Sklaverei, in welchen Ländern gibt es ein großes Korruptionsrisiko, in welchen Ländern und in welchen Branchen oder Rohstoffkategorien gibt es hohe Risiken von lokalen Umweltverschmutzung und dann auf die Lieferanten zuzugehen und zu sagen, jetzt sagt mal, was macht ihr eigentlich dagegen, vielleicht habt ihr ja schon was implementiert und da gehen die ganzen Gesetze drum, hier in Deutschland tritt dann ab jetzt 2023 für Unternehmen mit mehr als 3000 Angestellten das Lieferketten Sorgfaltspflichten Gesetz, schön deutsch in Kraft und auf EU-Ebene hat gerade auch das EU-Lieferketten Gesetz, was eigentlich ein bisschen, also es ist das EU Sustainability Due Diligence Law und das ist auch weiter gefasst als das deutsche Lieferkettengesetz. Das deutsche Lieferkettengesetz lässt eigentlich das Thema Klima mehr oder weniger außen vor und bezieht sich auch nur auf die erste Lieferkettenstufe, die ich wirklich überwachen muss. Tiefer muss ich nur gehen, wenn mir Verstöße bekannt werden. Also ein begründeter Verdacht besteht, dass es da Verstöße gibt. Und das EU-Lieferketten, wir wissen alle, was mit Gesetzen passiert, bis sie dann endlich verabschiedet werden, wenn dann mal die ganzen Lobbygruppen damit durch sind, aber Stand jetzt ist das ein deutlich weiter gefassterer Begriff und auch die Haftung ist mit drin in dem EU-Lieferketten Gesetz, was auch im deutschen Gesetz nicht mit drin ist. Genau, also das ist im Prinzip das Ergebnis dessen, dass es mit freiwilligen Selbstverpflichtungen nicht geklappt hat. Aber tatsächlich auch noch mal ganz kurz die Erkenntnis noch mal mitzunehmen, dass allein, glaube ich, Transparenz so viel Veränderung hervorbringt. Also klar, Gesetz und so weiter, keine Frage, auch das muss wesentlich stärker angegangen werden, aber ich kann mir einfach vorstellen, wenn man gezwungen wird, sich damit zu beschäftigen, mit der eigenen Lieferkette und das sieht, dann kann man auch als, wenn man nicht gerade soziopathisch veranlagt ist, bekommt man dann irgendwann Gewissensbisse, auch als Mitarbeitende. Und ich kann mir vorstellen, dass da eine gewisse Dynamik entstehen könnte, so wie man zu Zeiten der Industrialisierung in Europa und so weiter, ja auch irgendwann sozial anders agieren musste, weil man sich auseinandersetzen musste mit den Zuständen in Fabriken und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass dieses aus den Augen, aus dem Sinnprinzip hier ein ganz starker Hebel und Faktor sein könnte. Also es ist ja, also es steht auch im Gesetz, es muss immer, es gilt das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise ein eher kleines Unternehmen bin und kaufe von einem Rohstoff, von einem Lieferanten irgendwie, was bei dem irgendwie zwei Prozent des Umsatzes ausmacht, dann kann ich praktisch nichts bewirken. Kaufe ich aber bei einem Lieferanten fast 50 Prozent ein, dann habe ich auch schon einen ganz schönen Hebel, um da auch Veränderungen umzusetzen. Und insofern, genau, die Alternative zu so einem Gesetz, zu so einer Anforderung ist halt Kopf in Sand stücken und weiter so und das kann es halt auch nicht sein. Nur einmal, dass ihr es mal gehört habt, es gibt die, im Prinzip, es ist auch so, dass die Unternehmen ein Risikomanagement aufbauen müssen. Das heißt, sie müssen bewerten, erstmal nur, in Anführungsstrichen, wie hoch das Risiko von Menschenrechtsverletzungen ist. und dafür müssen sie ein System setzen. Insofern, das ist sehr, das Gesetz ist sehr vage in vielen Bereichen. Es geht darum, viele Einschätzungen zu treffen, wann, in welchem Bereich ich tätig werden muss, welche Risikobereiche für mich relevant sind und so weiter und so fort. es ist keine Blaupause, wo ich jetzt sage, ich fordere irgendwie Zertifikat A von allen Lieferanten an und dann bin ich durch, sondern ich muss da wirklich bewerten, welche Lieferanten gucke ich mir näher an, warum und wie weit muss ich gehen, um sozusagen meiner Sorgfaltspflicht nachzukommen. Und ja, hier rechts sind nochmal die Risiken aufgelistet, die hier eine Rolle spielen, wer sich dazu mehr informieren will. Der Link hier funktioniert jetzt nicht, aber bei uns bei sustainable.de gibt es ein Whitepaper zum Lieferkettengesetz, das ist mal zusammengefasst, was im Wesentlichen dort gefordert wird. Genau, ich hatte schon gesagt, der erste Schritt ist im Prinzip die Risiken von Menschenrechtsverletzungen auf Basis von Länderrisiken, da gibt es verschiedene Indizes, die sagen zum Beispiel, wie hoch ist das Risiko von Sklaverei, von Korruption und so weiter und so fort. Auf der Basis kann ich schon mal sagen, okay, ich weiß, ein Lieferant kommt da und da her und da ist das Risiko hoch, also sollte ich mir den angucken, dann kann ich nach Warengruppen und Rohstoffrisiken gehen, das heißt, ich gucke, Konflikte mit Mineralien sind häufig eben schon geregelt, weil schon länger gesetzlich geregelt, aber im Automobilbereich sind das beispielsweise Kupfer, Kautschuk, Mika, Aluminium, Zukunftstechnologien, damit meine ich halt auch erneuerbare Energien, Elektro, Batterien, die eben auch auf diesen Rohstoffen beziehen und dann kann ich halt auch noch so, da gibt es so AI-Tools für News-Screening, dass ich halt gucke, wo ist denn mal über einen Lieferant oder in einem bestimmten Land mal ein Skandal hochgekommen und dann auch auf der Basis meine Aktion leite und dann geht es natürlich daran, mit den Lieferanten ins Gespräch zu gehen über dieses Thema, den Lieferanten zu fragen, wie managst du das aktuell, welche Zertifikate hast du schon und natürlich auch, weil wenn ich jetzt bei einem Lieferanten einkaufe, der grundsätzlich, sage ich mal, in einem Land sitzt, wo hohe, höhere Menschenrechtsstandards sitzen, kann dann natürlich auch sein, dass der ersten Standorte in ganz anderen Ländern hat, es kann sein, dass wieder dessen Lieferanten in Ländern sitzen, die risikobehaftet sind und insofern, das nennen wir ein Lieferkettenmapping, wenn wir versuchen, eben diese Transparenz über verschiedene Lieferkettenstufen hinweg zu bekommen. Genau und dann, wenn ich dann erstmal meine Risiken identifiziert habe, dann geht es darum, Maßnahmen anzufordern. Das kann auch, das kann beispielsweise dann ein Audit sein, dass ich sage so, aber jetzt auf Basis dieser Analyse möchte ich jetzt mal deinen Standort auditieren. Das kann aber auch sein, dass ich sage, okay, als Mindestminimum soll mal erstmal jeder Lieferant von mir meinen eigenen Code of Conduct, also meine eigenen Anforderungen, wie ich mir vorstelle, dass wir nachhaltig einkaufen unterschreiben, dass er sich an die Menschenrechte hält und Umweltauswirkungen begrenzt. Und genau, jetzt haben wir noch eine ganze Menge Folien. Ich dachte, das wäre eigentlich nicht so viel. Ja, aber ich glaube, wir haben das, das passt jetzt eigentlich nur das mal zusammen. Wir haben extern stark steigende Anforderungen an die Unternehmen, die haben immer schon gewusst, okay, das Thema könnte mal relevant werden, aber irgendwie hat man es nicht so richtig angegangen und jetzt kommen auf einmal alles auf einmal. Ja, Lieferkettenprobleme, Inflationen und dann noch diese rechtlichen Anforderungen an Transparenz in die Lieferkette, aber letztendlich alles Sachen, die jetzt dann zu der Lösung bringen, dass wir einfach mehr Transparenz brauchen, die wir im Moment noch nicht haben. Das Thema, was du sehr richtig angesprochen hast, Patrick, dass man auch erst mal Know-how aufbauen muss und dass natürlich überall Ressourcen fehlen, gerade auch der Einkauf selbst ist oft eine sehr straff organisierte Abteilung, der jetzt nicht gerade massig an Ressourcen hat. Und nach sehr einfachen Logiken, wie gesagt, funktioniert. Ach, guck mal, das ist schon die letzte Folie. Ja, wir haben, was kann man jetzt als Konsument machen, weil das ist ja auch die Frage. Im Prinzip erst mal anzuerkennen, es gibt im Prinzip keine nachhaltigen Lieferketten. Es mag vielleicht den einen ethischen Hersteller geben, der in einem Bereich wirklich es geschafft hat, seine Lieferketten komplett transparent zu machen und wirklich direkt beim Kaffeebauern einkauft und sagt hier und ich bezahle dich vernünftig und die Umweltauswirkungen auch irgendwo berücksichtigt, aber wenn man das Große und Ganze gibt, es einfach keine nachhaltigen Lieferketten, weil ohne diese Transparenz kann es diese ja gar nicht geben. Und das heißt, ich kann natürlich auf Label vertrauen. Ich weiß, dass hier Bio-Siegel wird auch immer gerne mal wieder kritisiert, aber letztendlich ist das erst mal als Konsumenten ein Maßstab, an dem ich mich halten kann. Wenn ich es mehr wissen will und dann informiere ich mich, hinterfrage, guck, gab es zum Beispiel zu einem bestimmten Label mal Skandale. Wenn ich Kleidung kaufe und ich möchte neue Kleidung kaufen und sie nicht gebraucht kaufen, dann gucke ich vielleicht, dass es nicht nur ein Öko-Siegel gibt, dass es zum Beispiel auch Teil der Fairware Foundation ist, dass eben auch soziale Aspekte damit berücksichtigt ist. Ich gucke mir das Siegel mal an, was das überhaupt fordert. Konzentriert sich das nur auf CO2 oder nimmt es auch andere Aspekte mit rein? Ich habe mich letztens auch mal mit einem Weinbauer über das Bio-Siegel bei Weinen unterhalten, geht man halt ins Gespräch. Es ist immer wieder so ein bisschen auch das Problem Groß versus Klein. Das ist natürlich letztendlich diese ganzen Zertifikate, Siegel, auch das, was das Lieferkettengesetz erfordert, fragt erstmal Management-Systeme ab. Und um solche Management-Systeme zu implementieren, brauche ich natürlich eine gewisse Größe, brauche ich einen gewissen Umsatz. Und insofern auch da mal gucken, wo sind kleine Hersteller und auch wenn die kein Siegel haben, wie machen die das eigentlich und wie erklären die das? Und da kann man teilweise auch echt sehr, sehr interessante Gespräche beispielsweise über Weinbau führen oder was einen gerade so interessiert, in welchem Bereich man gerne nachhaltiger konsumieren möchte. Ja, es gibt den Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, da kann man mal gucken, was da für Unternehmen drin sind. Das sind oft Unternehmen, also es ist mal eine Lobby-Organisation für eine nachhaltige Wirtschaft. Da kann man durchaus mal gucken, wie sich diese Unternehmen anstrengen, um diesem Anspruch, der für alle schwierig ist, gerecht zu werden. Denn, also das kann man glaube ich zusammenfassend sagen, ein Unternehmen wirklich nach Nachhaltigkeitskriterien zu steuern, ist wirklich sehr herausfordernd. Nicht nur, weil eigentlich unser aktuelles System nicht so aufgebaut ist, sondern weil es ist natürlich schön, einfach den Euro als einen Maßstab geben, kurzfristige Gewinne. Wenn ich auf einmal 50.000, so viele nicht, aber 50 Kategorien abwägen muss, 50 verschiedene Impact-Kategorien, wo ich, wenn ich in dem einen Positives erziele, ich vielleicht auch im anderen Negatives erziele, dann ist das sehr, sehr anstrengend. Und insofern, da braucht man da auch nicht perfektionistisch unterwegs sein, sondern kann auch erstmal sagen, ich fange klein an. Das ist ja eben der Punkt und das Deprimierende, dass es zwar natürlich ehrenvoll ist, sich unfassbar viel Zeit damit zu verbringen, Nicole hat es ja auch im Chat geschrieben, das kostet alles viel Zeit, die viele Menschen ja auch wirklich nicht haben, weil sie dann wiederum Lohnarbeit nachgehen, wo sie selber eingebunden sind und dann noch ein Familienleben haben, etc. pp. und sich dann nicht noch stundenlang hinsetzen, um zu recherchieren, welche Produkte sie kaufen, sondern mal schnell in den Discounter nebenan huschen, um sich da was zu holen. Deswegen, ich bin da ein großer Fan von Arbeitsteilung, das hat ja der Kapitalismus unter anderem hervorgebracht oder die Marktwirtschaft, sagen wir mal so. Da wäre mein Appell dann tatsächlich auch in Richtung Medien und so weiter. Das ist ja eigentlich so, ihr Job, das zu screenen, zu checken und aber auch zu sagen, okay, auch hier wieder stärker in eine Verpflichtungslogik reinzukommen und politisch instrumentell würde mir eben einfallen zu sagen, ich müsste ja nicht nur die sanktionieren, also auch die real bepreisen, die sozusagen den Scheißdreck machen, weil das sind ja meistens die Billigen, die den Scheiß machen, sondern ich müsste ja auch die belohnen, die sich wirklich Mühe geben und müsste das subventionieren. Also auf der einen Seite müsste ich subventionieren, damit die Preise billiger werden für die nachhaltigen Geschichten und die sanktionieren, die sozusagen also teurer machen. Also wenn wir in dieser Logik des Euros, auf der wir scheinbar ja nicht so schnell rauskommen, zu sagen, das ist unsere Metrik, unsere Währung, dann müssen wir natürlich die Funktionslogiken drumherum verändern, weil sonst haben wir genau das, was wir heute halt auch haben. Also billig ist dreckig und teuer in Anführungszeichen ist ethisch okay oder okayer. Oder wie seht ihr das? Also grundsätzlich, ja, sollte das jetzt auch kein, nicht wieder dieses, nur der Einzelbürger, muss jetzt das, die Einzelbürgerin, muss jetzt das lösen, was die Politik oder was wir als Gesellschaft gesamtheitlich nicht hinkriegen. Also ich bin da auch weit weg von, dass ich alles, dass ich alles durchblicke und dass ich überall überlegt und informiert, das geht ja gar nicht, das kann man von einem Einzelnen nicht fordern. Aber ich glaube halt, wenn wir Konsumenten das trotzdem einfach uns diesen, erst mal bewusst werden, dass es eben diese nachhaltigen Lieferketten gar nicht gibt, was uns ja häufig suggeriert wird, so Gewissen erleichtert, da war ein Siegel drauf und schubsfertig und dann auch wirklich das mehr einfordern, dann haben wir da auch eine Macht gemeinsam und das hinterfragen. Aber klar, ansonsten ist es tatsächlich noch sehr, auch sehr so, dass Unternehmen, die wirklich versuchen, diesen nachhaltigen Ansatz zu fahren, das auch sehr schwer haben, dann wettbewerbsmäßig auch zu bestehen. Und da müssen dann die die Rahmenbedingungen günstiger sein für solche Unternehmen. Ja, also genau, wie du gerade sagst, vorwiegend, also am Ende werden wir es halt irgendwie auch im Kontext dieser Machtstrukturen irgendwie so ein bisschen lösen müssen. Und es beginnt schon mal damit, dass es uns nicht egal ist. Wenn es uns nicht egal ist, ist es schon mal ein wichtiger erster Schritt gelaufen. und dann müssen wir halt irgendwie gucken, was soll denn irgendwie erlaubt sein? Und dieses was soll irgendwie erlaubt sein, das ist etwas, was als politisches Projekt verstanden werden muss. Und wer jetzt halt irgendwie, ist ja gut und schön, wenn du jetzt in Kastrop-Rauchsel irgendwie so deine eigene Suborganisation gegründet hast, die jetzt irgendwie versucht, Kastrop-Rauchsel halt irgendwie Klima-Dings besser zu machen und so weiter. I'm all for it. Das ist von der Sache her gut. Aber im Sinne von First-Principal-Thinking muss man sich mal überlegen, okay, wo muss sich denn ganz besonders was ändern? Wo muss sich auch was ändern? Und hilft das jetzt, wenn jetzt zum Beispiel das Individuum irgendwie auf Konsum verzichtet? Klar. Aber hilft das wirklich im großen Ganzen? Hilft es das, wenn wir jetzt an einer Stelle hyperlokal irgendwas machen? Ja, aber im großen Ganzen... Also eigentlich geht es darum, dass wir ein größeres Rad drehen und das bedeutet vor allen Dingen, dass wir halt innerhalb dieser Machtstrukturen, wenn wir, die sind ja gegeben, was ändern wollen, dass sie insbesondere dort versuchen müssen, eine Veränderung zu erwirken, damit dann wirklich diese Politikinstrumente eingeführt werden und greifen, die von denen wir wissen, dass sie uns dann hier helfen werden. Bist du schon im Finale? Ich bin, ja, ich habe eigentlich dem nicht weit nichts weiter hinzuzufügen. ich hoffe, dass ich alle ZuhörerInnen nicht zu sehr desillusioniert habe. da sind sie mittlerweile gewohnt. Das ist ein tiefes Tal von gebrochenen Versprechungen und so weiter. Aber ja, das ist ein komplexes Thema und wie gesagt, ich grab da auch nur irgendwie an der Oberfläche des Wissens und aber ich hoffe, dass ich hier einen guten Rundumblick geben konnte und eben ja, einen Fokus darauf legen könnte, wie wichtig die Lieferkette ist und wie wichtig es auch ist, dass wir hier in Deutschland, in Europa auch Anforderungen definieren und ein Umdenken in unseren Einkaufsprozessen, also damit meine ich jetzt die Unternehmen hin, auch zu einem mehr kollaborativen Ansatz, weil das steht in diesem einen Paper, wo diese Euro-Werte herkamen auch drin, also ohne, wenn wir nicht in der Lieferkette zusammenarbeiten, werden wir das andere alles auch nicht schaffen. Das heißt, wir müssen alle daran zusammenarbeiten und wir müssen halt auch uns, sollten uns nicht in die Tasche lügen und sagen, ist doch schon alles gut, weil wir irgendwie ein paar Labels haben. Sehr gut. Sind noch Fragen aus dem Chat, ansonsten können wir übergehen zum nächsten Abschnitt. Ich frage nochmal, ihr habt nochmal die letzte Chance. Eine Frage habe ich vorhin übersehen, aber ich glaube, die hast du gerade schon so ein bisschen beantwortet, Miriam, und zwar, inwiefern ist eine nationalstaatliche Implementierung von Lieferketten Umweltkosten überhaupt praktikabel, denn das würde ja zu immensen Wettbewerbsnachteilen führen und also wäre demnach nur eine internationale Lösung durchführbar. Das hast du ja im Grunde genommen mehr oder weniger gerade gesagt. Ja, der muss halt immer den ersten Schritt machen. Genau, aber das heißt, man kann sozusagen sich nicht auf diese Argumentation auch ausruhen, zu sagen, naja, wenn sich international nichts bewegt, bewegen wir uns auch nicht. Nee, also das ist ja auch irgendwie eine komische, also das ist auch häufig so ein Gegenstand in Verhinderungsdiskursen. Ist ja nicht so nach dem Motto, nur wenn alles gemeinsam starten, klappt das und so. Die meisten Dinge, wir sind ja bei uns sowieso auf der Ebene, auf der wir uns bewegen, schon wieder so europarechtliche Gegenstände und wenn wir über Praktikabilität reden, es geht ja gar nicht mehr darum, dass jetzt automatisch auch eine Sanktion greift. Wir sagen ja erstmal, okay, es muss Transparenz drin sein und so weiter und als nächstes werden da diese Daten angereichert, dann weiß man eben schon what, what und dann kann man ja irgendwann darauf auch einen politischen Willen formulieren. Und dann hast du natürlich, wenn wir uns in der Gesellschaft darauf einigen, dass wir in 20 Jahren noch funktionierende Lebensgrundlagen haben wollen, weil das ist ja hier, was in der Waagschale ist. In der Waagschale ist ja nicht, dass wir eventuell irgendwann ein bisschen weniger Knete haben, sondern dass wir irgendwann keine Lebensgrundlagen mehr haben, mit denen wir arbeiten können und das schon innerhalb unserer Lebenszeit. Dann müssen wir halt irgendwie überlegen, wenn wir uns als Gesellschaft diesen Wunsch formulieren, und dass da eben bestimmte Kosten auch entstehen. Und das ist ja genau auch der Teil von Umverteilung, den wir in jedem großen politischen Konzept ja auch lesen, was dann quasi die notwendige Folge davon ist. Also ich glaube auch, das muss halt einfach und es gibt es auch mehr und mehr gute Beispiele geben, wo man sieht, okay, da kann jemand erfolgreich, in Anführungsstrichen, was auch immer erfolgreich heißt, sein und trotzdem nachhaltig. Was sich immer noch leider so ein bisschen in der Wahrnehmung ausschließt. Ja, sehr schön. Vielen Dank für deinen Impuls. Ich muss mal gucken, Sehr gerne, vielen Dank für die tolle Diskussion. Ja, wir haben ungefähr noch 25 Minuten mit dir, Miri. Also wenn du magst, du kannst gerne noch bleiben. Ich bleibe noch ein bisschen. Sehr gut, wir haben ja noch diese Anteile. Dann würde ich beinahe sagen, ohne Umschweife, falls später noch Fragen sind, haut sie einfach raus, dann schnacken wir drüber, gehen wir aber jetzt erst mal weiter, weil wir haben ja großartig angekündigt. Kannst du kurz mal klicken, Miri? Ja, Entschuldigung. Alles gut. Dankeschön. Nämlich Shift-Happens, Rubrik Nummer zwei.